Otmar Hitzfeld hat Jose Mourinho wegen der Vorkommnisse beim Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona heftig kritisiert. Dabei ist dem 62-Jährigen vor allem die Defensiv-Taktik des Real-Trainers ein Dorn im Auge. Hitzfeld im Kicker wörtlich? Das kann nicht der Anspruch der Königlichen aus Madrid sein. Sie ist eigentlich eine Schande für Real. Das Markenzeichen, das Image dieses legendären Klubs wurde damit beschädigt. Zudem habe der Real-Trainer mit seiner Kritik an Schiedsrichter Wolfgang Stark völlig daneben gelegen. Deshalb wünscht sich Hitzfeld für das Rückspiel am Dienstag. Barca sollte die Strafe auf dem Platz aussprechen. Freiburgs Stürmerstar Papis Demba Cissé steht auf dem Einkaufszettel der Blackburn Rovers. Freiburgs Manager Dirk Duffner hat gegenüber dem Kicker eine konkrete Anfrage der Engländer bestätigt. Cissés Vertrag bei den Preisgauern läuft noch bis 2014. Dem Blatt zufolge darf der Senegalese jedoch für eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro gehen. Neben Blackburn sollen auch der FC Arsenal, der FC Liverpool und der FC Fulham ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen haben. Der FC Bayern ist auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive offenbar in der zweiten Bundesliga fündig geworden. Angeblich sind die Münchnern einer Verpflichtung von Cottbus-Torjäger Nils Petersen interessiert. Der zweimalige U21-Nationalspieler hat noch einen Vertrag bis 2014, kann aber für eine festgeschriebene Ablöse von 2,8 Millionen Euro wechseln. Mit 24 Treffern führt Petersen derzeit die Torjägerliste in der zweiten Liga an. Die Miami Heat haben in den NBA-Playoffs das erste Spiel der Halbfinalserie der Eastern Conference gewonnen. Das Team aus Florida setzte sich mit 99 zu 90 gegen die Boston Celtics durch. Dwayne Wade war mit 38 Punkten der überragende Spieler der Partie. Auch die Memphis Grizzlies bleiben nach dem überraschenden Erstrundentriumph über San Antonio auf Erfolgskurs. Bei den Oklahoma City Thunder gewannen die Grizzlies das erste Spiel der zweiten Playoff-Runde mit 114 zu 101. Memphis Power-Forward Zach Randolph steuerte 34 Punkte und 10 Rebounds zum Erfolg bei. Nach dem zweiten Sieg bei der Eishockey-WM ist die Euphorie bei der deutschen Nationalmannschaft noch größer geworden. Christoph Ullmann sagte im Anschluss an den hart umkämpften 4-3-Sieg gegen die Slowakei. Was wir hier gerade spielen ist Wahnsinn. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Abwehrspieler Korbinian Holzer lobt vor allem die überragende Disziplin der DEB-Truppe. Jeder hat sich perfekt an den Gameplan gehalten. Wir hatten einen perfekten Kampfgeist und waren perfekt auf den Gegner eingestellt. Deutschland steht schon vor dem abschließenden Spiel gegen Slowenien am Dienstag als Gruppensieger fest.